So, willkommen zurück zu SharedMobilite und zwar befinden wir uns jetzt bei Tag Nummer 13, Staffel Nummer 3, Folge Nummer 7 und Part Nummer 27. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen statt eine Mission, werden wir weiter unsere Base ausbauen. Was haltet ihr davon? Wir haben ja jetzt so viele Materialien gesammelt, jetzt müssen wir was bauen. Okay, aber wie gesagt, das lässt sich doch schon mal sehen, oder? Also mir gefällt es. Okay, genug hier Quatsch, so. Dann bauen wir hier. Nochmal ein Tischchen, so, das wollten wir machen, praktisch mit vier Stühlen. Okay, da füllen Kräuter beim Stuhl, äh, okay, warum auch immer. Kräuter für den Stuhl, Fragezeichen. So, wenn wir das hier halt ein bisschen ausgebaut haben, gucken wir uns das hier einfach mal alle in Ruhe an. So, das war heute das Müll, das wollen wir nicht. Das war praktisch hier, vier Stühle hinkriegen. Ja, perfekt. Ein Tisch mit vier Stühlen. Haben wir natürlich dann... ...hocherledigt. Ähm, ein Schultisch mit Fernseher und Stühle. Also vier Stühle sind damit gemeint. Aber das haben wir eigentlich ja, ist ja hier so eine Art, naja, Art Schultisch. Da hinten ist der Fernseher mit vier Stühlen. Okay, dann hakt man das einfach auch schon mal ab. So, dann wollten wir noch ein Sofa und ein Bett bauen. Aber da werden wir eventuell... ...ääh, das bequeme Bett nehmen. Und das wollten wir uns natürlich hier noch irgendwo hinklatschen. ...ääh, das ist alles ein bisschen schwierig. Wenn wir das hier vielleicht noch mal ein bisschen rücken. Na gut, so nicht. ...dass sie halt so ein bisschen auseinander sind. Ja, so ist perfekt. Ähm... ...das Licht schmeißen wir mal da nochmal hin. ...dass wir hier praktisch noch mal so ein... ...so ein Sofa hinbauen. Sieht jetzt nicht altperfekt aus, aber... So, wenn wir das vielleicht noch mal ein bisschen... ...so ein bisschen rücken. Dann könnten wir hier noch mal... ...so ein Ding dazwischen klemmen. So, somit haben wir einen Sofa auch gebaut. Einen Tisch haben wir eigentlich auch gebaut. So, Tisch mit Kräuter, Pilze, Gemüse... ...mit Reflektorlicht, Holztisch. So. Das habe ich hier hinten schon mal. Dann klemm ich mir da einfach nochmal an den Tisch ran. Und ein bisschen Kräuter noch mal. Ne, wo ist denn das immer? Ernst, beschissene Ordnung hier? Hier, so. Oh, Pilze können wir nicht brauchen. Kräuter. 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 Na, kriegen wir das schon noch hin? So. Oh, diese... ...verdammter Hocker hier. das müssen wir jetzt irgendwie noch darin kriegen dann brauche ich noch mal löschen so und hier noch mal jetzt sieht doch schon mal ganz gut aus aufwählen wird stellen wir erstmal hier in der ecke da müssen wir mal gucken wo wir das noch hinbauen so hieß aber irgendwo immer wissen lichtmangel hier wenn wir hier noch mal über licht hinbauen dass wir hier auch was sehen da füllen wieder teile elektronische teile dankeschön so die dicken reflektor hier mal gucken ob wir den mal ah perfekt sehr schön so ist auch noch ein bisschen dunkel so da haben wir ein paar tonnen zu stehen aber ein bisschen können wir noch könnten hier noch so eine fässer bauen eben mal so den ganzen gang hier entlang oder wir stellen einfach hier mal ein paar hin so als deko so hier noch eins ja die dinger hier die sind echt ein echtes problem bis nur am rücken so aufheben hinstellen so was können wir denn noch bauen können da noch ein paar fässer hinstellen so was haben wir hier noch kleiderschrank kommode könnten wir noch irgendwo hinbauen dann können wir da noch was drin packen so aber hier ist auch noch so ein bisschen dunkel mechanische teile ja müssen wir mal was neu tun mechanische teile Klo ist auch das letzte weil hier ist ja nur Munition drin und hier ist ja auch nicht viel drin und hier ist ja auch nicht viel drin soll ja auch schon nach was aussehen hier soll ja auch schon nach was aussehen hier könnte natürlich noch ein strom generator hinbauen aber da brauchen wir brennbare zeug gut wir können da noch ein generator hinstellen hier könnte man den generator hinstellen dann müssen wir den Zaun wieder weg robben na gut probieren wir mal mal gucken ob wir hier oben den installieren können ähhhhh so kriegt der Teile auch zu perfekt 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 können hier noch einen hinbauen wenn wir wollen dann haben wir woher wollte ich gar nicht ok dann haben wir ja wirklich fast alle ausgebaut was wir wollten ne so dann bekommen die hier auch ihren platz und da bauen wir und da bauen wir mechanische Teile nochmal aber ich glaube da haben wir gar nichts mehr ne ok ne ist ja kein Problem dann können wir mal was anderes nehmen nehmen wir mal hier so eine standard funze so was könnte man denn hier noch hinbauen ich glaube gar nichts hier ist eigentlich auch alles paletti ist schwer eigentlich haben wir eigentlich alles ausgebaut was wir wollten ne und mehr können wir glaube ich auch gar nicht mehr bauen außer den Kräutergarten weiter ausbauen wächst und gedeiht ah mechanische Teile haben wir nicht mehr ok dann hat sich das auch schon mal erledigt so ich guck nochmal alle durch ein paar tonnen könnten wir noch bauen und dann ist er hier wirklich alles ausgebaut ja ich würde sagen wir lassen das erstmal so machen oben eine Mission bleiben in der Base und speichern dann erstmal ab so ich bleib erstmal in der Base so ausgetragene Dokumente kann er machen kiste mit Gütern kann er machen kiste mit kiste mit kiste mit karte wie ist das oder Oh, er hat eine Akte entdeckt. Ja, wenigstens etwas. Alle Missionen waren erfolgreich. Sehr schön, Dokument hat er auch gefunden. Dann gibt es hier auch schön was zu naschen. Und da hinten ist auch richtig Action Jacksen. Ja, bin ein bisschen überwältigt, sag ich mal. Wir können ja mal hier vorne anfangen, also das kennt ihr ja hier, hier haben wir die Bank, Generatoren, die ganzen Scheinwerfer da, hier die ganzen Herstellungsstationen, da ein paar Fässer, Fernseher, Tisch, Lichter, Stühle, ja gut, hier hätte man noch was hinbauen können. Aber das bringt dir jetzt auch nicht mehr, wir haben das schon abgespeichert, hier hätten noch einen Stuhl hingemusst. hier können wir noch was einlagern, jede Werkbank hat jetzt einen Stuhl bekommen. Hier ein Hocker, zwei, klassischer Art. Hier vier, äh ich sag immer Stühle, auch vier Hocker, paar Fässer, Lichter, meine Gemüseplantage, hinten haben wir noch ein paar Scheinwerfer, zwei Generatoren, drei Generatoren, einen Zaun haben wir hier gezogen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Holzmauer haben wir durchgezogen. Haben wir noch ein Sofa hingebaut, hier nochmal ein paar Fässer, paar Lichter, volle Schränke. Okay, die Pflanze schwebt in der Luft, okay. Warum eigentlich auch nicht? Also wir haben wirklich ne Menge, wirklich ne Menge ausgebaut, wenn man sich mal hier den Ausmaß anguckt. Alles von den Loot, was wir hier sammelt haben, wir haben ja auch wirklich gesammelt, ey, wie die Verrückten. So, weil jetzt können wir nämlich erst mal sortieren. So, Kräuter haben wir erst mal hier noch. Mechanische Teile, ja, das hat halt ganz schön drin gehauen. So, brennbare Zeug kann auch mit drin hier. Genau wie Chemikalien können wir hier mit drin packen. Ah, jetzt muss ich erst mal überlegen. Das kann erstmal hier runter, weil die ganze Revolver-Munition ist wirklich ein bisschen zu viel. so, mechanische Teile. Ja, warte mal, ich nehme es hier nochmal raus. So, das kann nämlich dann hier mit drin. So, der Kleiderschrank ist leer, genau wie die... Ja, gut, okay. Das nochmal raus. Kräuter kann nämlich hier oben mit drin. Der Pilz kann hier unten mit drin. Ja, Alkohol. Wir haben ja oben noch eine kleine Kommode. Aber gut, dann packen wir das hier mit drin. So. Filter können wir auch erstmal rauspacken. Wenn wir da vier mit dabei haben, reicht das. So. Hier ist nochmal ein Zehnerpack. Kann auch mit drin. So, mechanische Teile. Packen wir hier mit drin. Elektronische Teile kommt auch hier drin. Ja, das können wir hier drin lassen. Aber ein Medikit-Werk noch mitnehmen. nur zur Sicherheit. So. Dann sieht jetzt so erstmal ganz gut aus. Also. Radioaktives Arzneimittel ist voll. So. Hier haben wir auch noch ein paar Filter. Alkohol. Hier kommen die mechanischen Teiler drin. Kräuter. Elektronische Teile. Brennbar. Chemikalien. Und Pilze. Waffenlager. Revolver-Mutitionen alles voll. Hier ist fast auch alt voll mit Alkohol. Arzneimittel. Filter. Ja, und oben ist ja alles leer. So. Wenn wir irgendwann mal Zeit haben, dann können wir das hier auch nochmal alles ausbauen. Die Shotgun. Den Revolver könnten wir dann nochmal ausbauen. Na ja, und das ganze Krimskram hier. So. Dann geh ich hinten mal ins Bett leihen. Speichern mal hier ab. Und sag schon mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe euch hat dieser Part gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt die Base findet. Ob das schon extrem ist. Schreibt einfach irgendwas drin. Wie ihr über die Base denkt. Dann sag ich schon mal. Danke fürs Zuschauen. Und reinkommen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von Sharno Be Light. Also. Bis dann.